Das ist Kovacic, Mason Mount. Könnte jetzt was werden. Timmy Abram! Oh, da ist er durch! Ist es das? Ah, da ist das Tor, aber da machen sie es ihm zu einfach, das wird der Heizkalt. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann dieses wunderbare Tor. Was für eine Technik, da wird der Mut belohnt. Dominik covered Levin. Schöne Aktion. Der Ball ist drin! Hier sehen wir noch mal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Jetzt der Eckball. Vorne der Ballgewinn. Gute Flanke. Vielleicht der Ausgleich. Mit ihrem Pressing erkämpfen sie sich hier dieses Tor. Und Wolf, da siehst du es wieder. Diese Taktik ist extrem effektiv. Wenn du dem Gegner überhaupt keine Räume gibst, wenn du ihn sofort einschnürst. Da kommt dieses Tor noch mal. Zuerst der Ball nach hinten. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. Ja, sie können erst mal klären. Das könnte die Führung geben. So, Führungstreffer. Es ist doch nichts zu glauben. Nach diesem zwischenzeitlichen Rückstand. Da sind sie wieder. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers noch mal an. Erst kommt der gute Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Oh, toller Pass. Gute Aktion. Chelsea droht die Niederlage. Aber wenn es nach den Fans hier an der Stamford Bridge geht, dann geht noch was. Also die geben alles. Schlussphase läuft. Frage ist, schafft Chelsea doch noch den Ausgleich? Könnte der Ausgleich sein. Wahnsinn! Sie machen ihn doch noch, den Ausgleich. Ja, das ist clever, das ist kalt, stolzig. Lopfer traut sich nicht jeder. Aber hier passt alles. Hier noch mal dieser Treffer. Ja, das ist ja.